Heute ist ein anderer Bereichsplan zum ersten Mal Freihanteltraining mit Radia an der Freihantel. Das ist super anstrengend, deswegen haben wir das erst mal ohne Gewichte gemacht, damit er erst mal lernt, wie der Bewegungsapparat ist. Sieht schon mal ganz gut aus. Und das fürs erste Mal, kann sich schon sehen lassen. Ist halt so. Mal gucken, wie es ihm nach der Übung geht. Zehn Sätze macht er und dann erst mal wieder auf Pause.